Moin Leute, mein Name ist Koi und in diesem Video stelle ich euch meinen nächsten Path of Exile Charakter vor. Dieses Mal ist es wieder ein Build, der sich von jemandem aus der Community gewünscht wurde. Die Vorgabe war, ich muss irgendwas mit dem Zauber Verseuchung spielen. Das ist ein Skill, der Chaos Schaden über Zeit verursacht. Das Besondere ist, dass sich der Skill, wenn ein Gegner stirbt, auf naheliegende Gegner direkt überträgt und wenn genügend Monster aneinandergereiht sind, hat man hier theoretisch ein richtig gutes Clear-Gefühl. Das kommt natürlich zu einem Preis und das ist der Schaden. Verseuchung macht selbst nämlich relativ wenig Schaden, deswegen müssen wir es mit einem weiteren Zauber kombinieren. Normalerweise war das sonst immer der Zauber Entkräften. Aber dank der neuen alternativen Skill-Gems kommt jetzt ein weiterer in Frage und zwar der neue Pesthauch-Skill. Mit Pesthauch der Verseuchung verursachen wir noch mehr Chaos Schaden über Zeit und das Geile an der neuen Variante ist, dass sich der Schaden zusammen mit dem Verseuchung-Skill mitverketten kann. Das bedeutet, der Schaden von Pesthauch wird mit Hilfe des Verseuchungszaubers an sämtliche Gegner angeheftet, die in der Nähe der anderen sind, die gestorben sind. Das sorgt zuweilen für ein richtig befriedigendes Spielgefühl. Das ist natürlich ein sogenannter Zwei-Button-Bild. Wir müssen also regelmäßig beide Zauber wirken, um diesen Verkettungseffekt zu erhalten. Oft reicht es aber auch aus den einen oder anderen zu wirken, wenn gerade sowieso nicht so viele Monster da sind. Sobald die Monsterdichte aber hoch ist, sollten wir beide Zauber wirken, weil es dann einfach richtig Spaß macht. Der Schaden dabei ist letztlich immer noch nur okay. Der Fokus liegt hier eindeutig in der Clear. Normale Bosse sind schaffbar, aber ich würde den Bild eher nutzen, um Mechaniken abzuformen, die mit sehr vielen Monstern daherkommen, wie zum Beispiel die Mine. Als Klasse spielen wir die Okkultistin, weil sie Boni für Chaos-Schaden und Energieschild bekommt. Wir skalieren die Offensive mit den Gem-Leveln, Zauberschaden, Chaos-Schaden, Schaden über Zeit und Schaden über Zeit-Multiplikatoren. Defensiv berufen wir uns auf die Kombination aus Energieschild und Ausweichwert, zusammen mit einer 100%igen Zauber-Unterdrückungschance und jeder Menge Energieschild-Regeneration. Außerdem habe ich es geschafft, dem Bild immun gegen sämtliche elementare Beeinträchtigungen zu machen, was auch ganz nett ist. Wie ihr im Titel lesen könnt, spiele ich mit einem speziellen Gürtel. Der Magier-Blut- bzw. Mage-Blatt-Gürtel ist normalerweise eines der teuersten Gegenstände im Spiel. Nur diese Lig ist das anders. Auch wenn er immer noch 100 Divines kostet, ist das im Vergleich zu den Ligen davor ein absoluter Schnapper. Und der Gürtel ist natürlich nicht grundlos so teuer, denn er kann so ziemlich jeden Bild nach vorne pushen. Mit dem Gürtel sind bis zu vier von unseren magischen Flaschen dauerhaft aktiv, ohne dass wir sie extra drücken müssen oder dass sie Ladungen verlieren. Das können wir ausnutzen, um den Flascheneffekt der auch so schon starken Flaschen weiter zu erhöhen. In diesem Bild erhalten wir dadurch jede Menge Ausweichwert, Elementarwiderstände, Bewegungsgeschwindigkeit und Zauberunterdrückung. Ich möchte dieses Video dazu nutzen, euch mal zu zeigen, welche Optionen man alles mit diesem Gürtel hat und warum dieser deswegen so stark ist. Natürlich funktioniert der Bild auch ohne diesen Gürtel, aber dann sind wir eben viel langsamer unterwegs und verlieren etwas an Defensive. Der Gürtel erhöht hier im Speziellen einfach nochmal den Spielspaß enorm. Kommen wir nun zur Ausrüstung und zum passiven Baum. Wie immer gibt es die Ausrüstung auch nochmal im geschriebenen Part anzuschauen. Link in der Videobeschreibung. So, fangen wir mal erstmal mit den Skills an und hier haben wir zwei Sechs-Link-Setups und das eine ist besonders wichtig. Das ist hier einmal Pesthauch der Verseuchung. Wichtig, dass das der alternative Skill-Gem ist. Wir brauchen Pesthauch der Verseuchung, nicht einfach nur den normalen. Und hier steht mittig unten, die Schwächung wird durch Verseuchung verbreitet. Wenn wir also die Gegner mit unserem Pesthauch behauchen, kriegen die eine Schwächung, was diesen Schaden über Zeit dann macht, diesen Chaos-Schaden über Zeit. Und dieser Schadens-Debuff lässt sich eben mit Verseuchung weiter verbreiten und Verseuchung ist dieser Skill hier. In meinem Fall sogar auch eine alternative Variante, Verseuchung des Abklingens. Die ist nicht so wichtig, da kommen wir dann nachher noch zu. Das geht auch mit dem normalen Verseuchung-Skill. Und hier steht eben, wird ein Gegner unter dem Einfluss von Verseuchung getötet, überträgt sich die Schwächung auf andere Gegner und macht dann halt ein bisschen weniger Schaden dadurch. Und dieses Übertragen geht eben nicht nur mit dem Verseuchungs-Debuff, sondern jetzt eben auch mit diesem Debuff von Pesthauch der Verseuchung. Das ist der Effekt dieses alternativen Skill-Gems, dass er eben diesen Debuff, diesen Schaden quasi mit, zusammen mit Verseuchung weiter verketten kann. Darum geht's hier also. Ansonsten ist das ein Kanalisierung-Zauber mit einer ziemlich kleinen Fläche, aber dank diesem zweiten Skill ist das eben auch nicht so das Problem. Und je länger wir quasi kanalisieren und je länger der Gegner in dieser Blase hier steht, desto mehr Schaden machen wir. Das Ganze geht, glaube ich, bis zu fünf Stacks oder so. Und dann kriegt er den maximalen Schaden. Das Ganze ist hier also verlinkt mit Wirkmacht für nochmal mehr Schaden über Zeit und verlangerte Fertigkeitdauer. Konzentriertes Kanalisieren. Das heißt, wenn wir ein bisschen länger gedrückt halten, kriegen wir den Konzentrations-Buff. Das ist der hier. Und damit machen wir generell mehr Chaos-Schaden, also auch mit unserem anderen Skill. Deswegen nehmen wir das natürlich mit rein. Kontrolliert Zerstörung für mehr Zauberschaden. Denn wir können den Schaden über Zeit von diesem Skill auch mit Zauberschaden erhöhen. Und da wir sowieso keine kritischen Treffer machen können mit Schaden über Zeit, ist das eine sehr, sehr starke Unterstützung hier. Manipulation der Leere für nochmal mehr Chaos-Schaden und Plus-1-Level. Da ist die erweckte Unterstützung sehr, sehr mächtig. Und hier schneller Verfall, auch nochmal mehr Schaden über Zeit. Am besten dann natürlich die erweckten Unterstützung holen, wenn ihr das Geld dazu habt. Das zweite Sechsling-Setup ist dann, wie gesagt, hier Verseuchung des Abklingens. Des Abklingens ist eine Variante, die dafür sorgt, dass quasi wir am Anfang mehr Schaden machen. Aber je öfter sich der Skill dann verkennt hat, desto weniger Schaden machen wir. Und der normale Skill macht einfach dann generell ein bisschen weniger Schaden am Anfang, aber dafür konstanter. Das ist trotzdem geiler hier, weil wir dann am Anfang eben viel mehr Schaden machen. Das fühlt sich einfach besser an und deswegen habe ich diesen Skill-Gem genommen. Verseuchung des Abklingens. Die ganze Interaktion geht, wie gesagt, aber auch mit dem normalen Skill-Gem. Das Ganze ist auch verlinkt mit konsolider Zerstörung, noch verlinkt mit schnelleren Zaubern, weil das ist nämlich dieser Kreis hier und das hat eine ultra-langsame Zaubergeschwindigkeit. Das heißt, wir müssen da ein bisschen darauf achten, dass sich das ein bisschen besser anfühlt. Und deswegen habe ich hier noch schnelleres Zaubern mit reingenommen, auch wenn es das vom Schaden ja nicht wirklich was bringt. Aber in dem Spielgefühl hilft es eben enorm. Dann vergrößere Wirkungsbereiche. Je größer dieser Kreis ist natürlich, desto besser kann sie das auch verketten. desto weiter weg können ja die Monster voneinander stehen, die sterben. Deswegen wollen wir hier auch ein bisschen AOE skalieren in diesem Bereich. Dann natürlich wieder schneller Verfall für mehr Schaden über Zeit und Manipulation der Leere für mehr Chaos-Schaden. Man kann darüber streiten, ob man das wirklich mit so vielen Schadensupports verlinken will, weil der Schaden von dem Skill einfach nicht so gut ist. Das heißt, das lohnt sich gar nicht so sehr. Das heißt, wenn ihr das gar nicht wollt, wichtig ist erstmal das Sechs-Link hier mit Pesthauch. Und wenn ihr es dann noch habt, könnt ihr noch einen zweiten Sechs-Link mit reinnehmen. Ansonsten kann man die Socke vielleicht auch für andere Sachen nehmen, wenn man das möchte. Zusätzlich zu den beiden Skills haben wir auch zahlreiche Auren an. Wir reservieren einmal ein bisschen Mana, aber auch ein bisschen Leben tatsächlich. Und das mit dem Leben ist hier oben. Wir haben hier Vitalität als auch, wo haben wir es, Klarheit als Aura. Klarheit bringt uns Mana-Regeneration und wiederität ein bisschen Lebensregeneration. Die beiden sind verlinkt mit Arroganz. Dadurch reservieren die beiden Auren nämlich keinen Mana mehr, sondern Leben. Und das passt genau perfekt, um uns auf Niedrig-Leben zu kriegen. Das heißt, wir wollen weniger als 50% unseres Lebens haben. Denn dann kriegen wir über einen passiven Punkt nochmal 30% mehr Zauberschaden, den wir mitnehmen wollen. Das ist aber ein bisschen abhängig davon, wie viel Leben ihr habt und welche Stufe diese Unterstützung hat. Denn je höher die Stufe ist, desto weniger reservieren die Auren Leben. Wir wollen ja aber, dass sie eine bestimmte Menge reservieren. Deswegen habe ich das jetzt hier auf Stufe 7 bei mir gelassen, damit ich immer eben auf Niedrig-Leben bin, auf 50% meines maximalen Lebens. Denkt auch dran, je höher die Auren gelevelt sind, desto mehr reservieren sie auch. Deswegen wäre auch eine alternative Variante hier noch, die Level 21-Gems zu holen, weil die nochmal mehr reservieren dann an der Stelle, falls ihr zu viel Leben habt. Das kommt immer ein bisschen darauf an, wie viel Leben ihr auf der Ausrüstung habt und so weiter. Wenn ihr mit diesen beiden Auren nicht unter 50% kommt, dann müsst ihr hier auch ganz runterleveln oder direkt auf Stufe 1 lassen oder und oder die Gems noch auf Level 21 euch besorgen. Die restlichen Auren reservieren dann unser Mana und das ist einmal Boshaftigkeit für mehr Schaden über Zeit. Dann haben wir Disziplin drinne für mehr Energieschild und noch Anmut für mehr Ausweichwert. Wir haben hier auch jedes Mal die Wahlvariante mit dabei, die habe ich hier auf R und T. Wahlanmut sorgt einfach nochmal für ein bisschen extra Ausweichchance sozusagen und Wahldisziplin sorgt dafür, dass sich unser Energieschild sofort auflädt, wenn wir das brauchen. Normalerweise ist es ja so, dass das Energieschild erst so ein paar Sekunden Ruhe braucht, wo wir keinen Schaden kriegen, bis es sich ganz schnell wieder auflädt. Und mit Wahldisziplin können wir diesen Effekt quasi sofort starten. Habe ich hier so als Notfallknöpfe einfach mal mitgenommen, ist aber jetzt auch nicht ultra wichtig. Das Ganze ist verlinkt noch mit einer Erleuchtungsunterstützung der Stufe 3, damit es nicht so viel Mana reserviert und wir noch genügend Mana für unsere Skills haben. Denn hier Verseuchung braucht 105 Mana, ist also schon ziemlich habig und auch Pesthauch selbst verbraucht immer noch 23 Mana. Wir sind hier also sehr Mana-heavy unterwegs, deswegen brauchen wir auch die Klarheitsaura für Mana-Regeneration und diese Unterstützung, damit die verlinkten Auren nicht mehr so viel reservieren und wir genügend Mana zur Verfügung haben. Ansonsten nutzen wir natürlich auch noch Flüche, das ist zum einen mal Verzweiflung für verringerten Chaos-Widerstand der Gegner, als auch Schwächen, damit die nochmal weniger Schaden machen. Das Ganze ist verlinkt mit Zeichen des Arcanisten, das heißt wir nutzen das eigentlich nur bei Bossen oder bei härteren einzelnen Gegnern. Da setzt sich das Zeichen, das hält sich an den Gegner und löst dann automatisch die beiden Zauber aus, ohne dass ich da noch großartig was machen müsste. Nutze ich aber wirklich eigentlich nur bei Bossen. Ansonsten hab ich hier auf links klickt den verkümmerten Schritt, das ist dieser Skill hier. Wenn wir den aktivieren, sind wir erstmal ganz schnell, wir kriegen den Schattenhaft-Buff, der nochmal unsere Bewegungsgeschwindigkeit erhöht, als auch uns eine Chance gibt, Schaden zu vermeiden. Problem ist aber, das hat erstmal natürlich einen Cooldown, das ist natürlich dauerhaft aktiv und sobald wir einen Skill verwenden, ist das wieder weg. Das geht also wirklich nur, solange wir quasi nichts machen und nur rumlaufen, aber wir kriegen auch gleichzeitig so einen Kreis, den wir gerade nicht sehen und alles in diesem Kreis wird verkümmert bis zu 6 oder 8 Stacks, wie viele haben wir hier gerade. Neun Verkümmungsschwächungen werden angewandt und wenn der Gegner verkümmert ist, erleidet er noch mehr erhöhten Chaos-Schaden. Und das geht bis zu 15 Mal. Bis zu 15 Mal können wir den Gegner verkümmern, sodass das standardmäßig 90% erhöhter erlittener Chaos-Schaden ist, was sehr, sehr mächtig ist und in unserem Fall erhöhen wir sogar noch den Effekt von Verkümmern, sodass der Gegner dadurch noch mehr Schaden erleidet. Das ist nicht unsere einzige Quelle von Verkümmern. Wir spielen ja die Okkultistin, die kommt mit ihrer Aszendenz schon da mit umher, dass wir jede Sekunde die Gegner verkümmern. Also auch da kriegen wir diese Verkümmerungstacks dazu, aber eine Quelle ist eben auch dieser Skill und bei Bossen kann man dann, wir müssen ja, deswegen habe ich den auf links Klick, das geht ja ganz automatisch, wenn wir uns mal bewegen, wird der Boss dann automatisch verkümmert. Und zu guter Letzt habe ich hier auch noch Sühnendes Feuer mit drin. Da ich ja relativ viel Energieschild-Regeneration habe, kann ich sogar Sühnendes Feuer anmachen, ohne dass das großartig runtergeht. Stand jetzt gerade ist es aber so, dass wenn wir jetzt Schaden erleiden würden, wir kaum Energieschild wiederherstellen, weil wir einfach quasi genau plus minus null sind ungefähr. Sobald wir aber Gegner töten, dank der Aszendenz der Okkultistin, kriegen wir nochmal extra Energieschild-Regeneration und dann regenerieren wir auch wieder richtig gut. Wir haben jetzt, wenn wir mal gucken, Stand jetzt haben wir hier Energieschild-Regenerationen pro Sekunde 1400. Ist nicht allzu viel, wenn wir aber Gegner töten, kriegen wir nochmal bis zu 10% obendrauf von unserem maximalen Energieschild und dann sind wir so bei 2000 Energieschild-Regenerationen pro Sekunde. Da ist das dann richtig gut. Bei Bossen muss man dann gucken, ob man Sühnendes Feuer aktiv halten will oder nicht. Was macht Sühnendes Feuer überhaupt? Es macht keinen Schaden, der Schaden ist uns hier völlig egal. Es gibt uns aber nochmal 39% mehr Zauberschaden. Das heißt, unsere beiden Skills machen nochmal 39% mehr Schaden, wenn wir Sühnendes Feuer aktiv haben. Das ist sehr stark und solange wir das mitnehmen können, nehmen wir das mit. Eine Sache habe ich hier noch in meinem Ring, weil wir brauchen so viele Socke, wir haben gar nicht so viele. Das ist die arktische Rüstung, auch nochmal quasi eine Aura, die ein bisschen Mana reserviert. Die sorgt dafür, dass wenn wir stillstehen, dass wir dann weniger physischen als auch weniger Feuerschaden erleiden. Was ganz Nettes habe ich auf jeden Fall mal mit reingenommen. Und wir sind immun gegen Einfrieren, was wir aber sowieso sind, weil wir immun gegen sämtliche elementaren Beeinträchtigungen sind. Soweit zu den Gems. Kommen wir jetzt mal zur Ausrüstung. Und ich glaube, ich werde jetzt zuerst auf diesen Magierblut-Gürtel mal eingehen. Das ist dieser Gürtel, der normalerweise unfassbar teuer ist, über 200 Divines mindestens. Und diese liegt eben nicht. Diese liegt irgendwie 90 bis 100 Divines. Und der Preis sinkt irgendwie konstant tatsächlich. Und das sorgt eben dafür, dass unsere Hilfsfläschchen, vier bis zu vier magische Hilfsfläschchen, dauerhaft aktiv sind, ohne dass wir irgendwas machen müssen. Das reicht hier von zwei bis vier. Also die zwei bis vier magischen Hilfsfläschchen ganz links, wenden ihre Fläschchenwirkungen konstant auf euch an, ohne dass wir jetzt noch extra irgendwas drücken müssen, ohne dass da Ladungen verbraucht werden und so weiter. Und das ist eben deswegen so mächtig, weil wir jetzt unsere Flaschen entsprechend bearbeiten können. Ich habe, wie gesagt, mal die Flaschen genutzt, um sehr viel Ausweichwert und Bewegungsgeschwindigkeit zu kriegen. Wenn wir hier also mal diese Flasche uns angucken, das ist ein Stipnid-Fläschchen, die gibt uns sowieso schon mal mehr Ausweichwert. Dann habe ich als Mods noch drauf, als explizite, erhöhte Wirkung und dann noch mal erhöhter Ausweichwert während der Wirkung. Und das alles wird jetzt noch mal über dieses Wort Zauberung mit der 68% erhöhten Wirkung noch mal verbessert. Und diese komplette Flasche ist dauerhaft aktiv. Wenn wir mal gucken, wir haben jetzt hier 47.000 Ausweichwert. Wenn ich die Flasche rausnehme, sind wir nur noch bei 23.000. Wir verlieren ja quasi die Hälfte an Ausweichwert, nur weil ich eine Flasche rausnehme. So stark ist dieser Gürtel. Das reicht natürlich noch nicht. Ich habe noch ein Jahr, eine Flasche für noch mal mehr Ausweichwert und zusätzliche Elementarwiderstände, weil das wird auch noch mal mit der erhöhten Wirkung erhöht. Das heißt, ich fixe auch meine Elementarwiderstände durch diese Flasche. Einfach nur, weil die dauerhaft aktiv ist. Dann ein Quecksilberfläschchen für noch mal extra Bewegungsschwindigkeit, erhöhte Wirkung und das sorgt eben auch dafür, dass wir jetzt so schön schnell unterwegs sind. Und zuletzt noch mal ein Quarzfläschchen für die Schämenform, die super ist und die Chance, Zauberschalen zu unterdrücken. Außerdem haben wir hier noch mal regeneriert während der Wirkung 3% des Lebens pro Sekunde. Was bei uns 3% des Energieschilds pro Sekunde ist, dank eines passiven Punkts im Baum. Dafür habe ich das genutzt. Man kann das aber auch noch auf andere Weisen nutzen. Es gibt ja zum Beispiel auch Rüstungsfläschchen, die erhöhen dann eben entsprechend die Rüstung. Man kann auch eine Amethystfläschchen nehmen, um den Chaoswiderstand zu fixen. Oder man nimmt zum Beispiel diese Elementarflaschen hier, wie so ein Saphirfläschchen, für den Kältewiderstand, als auch weniger erlittener Kälteschaden. Das Ganze gibt es ja auch noch mal mit Feuer und so weiter. So kann man sich also auch quasi fast schon immun gegen Elementarschaden machen, weil diese Flaschen dann natürlich sehr, sehr stark sind. Und dann gibt es als explizite Mods ja sowas auch noch wie Angriffsgeschwindigkeit oder Zaubergeschwindigkeit oder kritische Trefferchance. Und das alles dann mit erhöhter Wirkung sorgt eben dafür, dass wir auch offensiv uns sehr gut aufstellen können mit diesem Gürtel, wenn wir diese offensiven Stats auf den Flaschen drauf machen. Und das macht diesen Gürtel ebenso unfassbar mächtig. Wenn ihr jetzt diesen Bild spielen wollt und euch diesen Gürtel nicht leisten könnt, dann nehmt ihr natürlich einfach einen normalen Gürtel mit ein bisschen Leben, Energieschild, Mana und natürlich elementare Widerstände, Chaoswiderstand oder auch Attribute, wenn ihr die noch braucht. Das geht natürlich genauso. Genauso bei den Flaschen. Die sehen dann nicht so aus, sondern wieder ungefähr so, dass wir Flaschenladung kriegen, wenn wir getroffen werden zum Beispiel und erhöhten Ausweichwert haben und die dann automatisch benutzt sind, wenn sie voll sind, so wie wir das sonst auch immer in den Bilds machen. Aber wenn wir einen magier Blutgürtel nehmen, brauchen wir das ja nicht. Die müssen sich ja nicht mehr auffüllen, die Flaschen, und müssen auch nicht mehr benutzt werden. Das heißt, hier können wir komplett auf die Wirkung der Flaschen gehen. Ansonsten habe ich noch ein Lebensverschirm für die Immunität gegen Bluten, denn auch wenn wir hier sehr viel Energieschild haben, wir sind nicht chaos-immun. Ich habe zwar einen Chaoswiderstand von 75%, aber dieser Chaos-Schaden kommt eben auch noch zum Großteil durch das Energieschild durch. Und da wir ja nur insgesamt 1000 Leben zur Verfügung haben, habe ich so eine Notfall-Lebensflasche noch mit reingenommen. Denn wie gesagt, Chaos-Schaden kann ein bisschen tricky werden. Hier ist es wirklich sehr wichtig, auch auf 75% zu kommen, was zum Glück nicht so schwer ist. Denn gucken wir uns jetzt mal die andere Ausrüstung an. Ich nutze hier einen Geisterschauder. Und die wandelt 50% des maximalen Lebens Energieschild um und gibt uns noch mal Chaos-Widerstand. Und damit können wir unser Energieschild jetzt nicht nur durch erhöhten Energieschild hochballern, sondern auch mit erhöhtem Leben, weil das automatisch dann durch die Umwandlung auch das Energieschild erhöht. Ich habe die Brustrüstung eigentlich nur zum Leveln genutzt und dachte mir so, aber eigentlich ist es ganz geil, ich will damit auch mal im Endgame spielen. Deswegen habe ich mir noch eine verderbte Brustrüstung geholt mit plus 2 zu eingefasster Dauergammon, damit unser Pest auch noch mal höheres Level hat. Man muss nicht mit der spielen, man muss auch nicht generell mit Energieschild spielen, aber ich habe es in dem Fall mal gemacht, weil ich es ausprobieren wollte und eigentlich ganz geil fand. Beim Helm haben wir einfach nur einen Helm mit sehr viel Leben und ein paar Widerstände und ein bisschen Ausweichwert. Als implizide Modifikatoren noch erhöhte Mana-Reservierungseffizienz von Fertigkeiten, damit eben die ganzen Auren nicht so viel Mana reservieren. Bei den Handschuhen auch einfach nur Leben, Widerstände, Ausweichwert, Energieschild. Die Kombo natürlich als implizide Modifikatoren noch mal die Chance, Zauberschaden zu drücken, damit wir auch auf 100% kommen. Und wir kriegen noch mal ein bisschen Multiplikator für Chaos-Schaden über Zeit, wenn wir irgendwo in der Nähe eines einzigartigen Gegners sind. Wenn wir das generell kriegen, auch ohne in der Nähe eines einzigartigen Gegners zu sein, wäre das noch besser. Hatte ich jetzt so aber nicht bekommen. Und bei den Schuhen ähnliches Spiel, Leben, Chaos-Widerstand, Resistenzen, wenn ihr die noch braucht, Attribute. Und hier ganz wichtig, wenn ihr auch immun gegen elementare Beeinträchtigungen sein wollt, einmal als expliziten Modifikator die Chance elementare Beeinträchtigungen zu vermeiden und dann nochmals impliziten, auch noch mal die Chance elementare Beeinträchtigungen zu vermeiden. Und wenn wir davon insgesamt irgendwie 100% erreichen, was wir machen, dann sind wir eben immun gegen sämtliche Beeinträchtigungen elementarer Natur. Schauen wir uns mal die Waffe an. Ich habe mich hier für einen Zweihandstab entschieden, mit plus 3 zur Stufe aller Chaos-Zauber-Fertigkeiten. Ist natürlich sehr gut, weil wir auch zwei Zauber nutzen. Einmal hier unsere Verseuchung und dann unser Pesthoch. Beides plus 3 Level. Ziemlich nice. Ansonsten erhöhter Zauberschaden, Multiplikator für Schaden über Zeit, Multiplikator für Chaos-Schaden über Zeit und der Rest ist relativ Quatsch. Man kann diesen Multiplikator für Chaos-Schaden über Zeit auch richtig auf diesen Stab kriegen. Das geht dann sogar bis zu 70%. Aber das muss man natürlich erstmal haben und wird dann auch entsprechend teuer. Beim Schmuck, ich habe hier ein Amulett genommen, was nochmal ein paar Attribute für mich fix, weil ich noch ein paar Attribute, vor allem halt auch Stärke brauchte. Ansonsten plus 1 zur Stufe aller Chaos-Fertigkeiten ist sehr gut. Leben, Widerstände, falls ihr noch braucht, Zauberschaden und Schaden über Zeit. Multiplikator geht hier auch drauf. Geweiht ist Träumer tatsächlich. Das ist dieser Punkt hier links, das ist dieser Mana-Punkt. Den hatte ich, glaube ich, irgendwann einfach mal gemacht zum Nöwin und bin jetzt am Ende aber auch dabei geblieben. Einfach nur für nochmal mehr Mana und verringerte Mana-Kosten, damit wir eben auch genug Mana haben, damit wir da nicht irgendwelche Probleme kriegen mit den ganzen Skills. Ansonsten bei den Ringen, das ist ein Iolith-Ring für mehr Chaos-Schaden, dann noch mehr erhöhter Chaos-Schaden, Leben und minimale Anzahl an Rasereiladungen, die uns ja auch nochmal 4% mehr Schaden geben. Und hier drüben quasi ähnliches Leben, Multiplikator für Schaden über Zeit geht auch auf den Ring und minimale Anzahl an Rasereiladungen. Beim Pantheon habe ich einfach wieder den Punkt hier rechts ausgebaut für weniger verringerten erlittenen Schaden von Schaden über Zeit, was ja auch unser sühndes Feuer ist zum Beispiel. Deswegen habe ich das einfach mitgenommen und hier Immunität gegen den brennenden Boden einfach. Soweit dazu. Kommen wir dann jetzt zum passiven Baum. Generell erstmal die Asistenz als Okkultistin. Ich bin tatsächlich zuerst hier hingegangen zum Bollwerk der Verdammnis für diese Energieschild, weil ich ja eben mit dieser Brustrüstung gespielt habe und deswegen von Anfang an sehr viel Energieschild hatte. Wenn ihr nicht mit dieser Brustrüstung spielt, braucht ihr diesen Punkt nicht, dann nehmt ihr zuerst leeren Feuer. Was dieser Punkt bringt, ist einfach nur ein bisschen Regeneration und dann eben nochmal extra 2% Energieschild Regeneration pro Gegner, den wir töten, bis zu 10%. Und deswegen sage ich, wenn wir dann im Kampf sind, haben wir nochmal extra 10% oben drauf, dann ist das mit dem sühnden Feuer auch nicht mehr so schlimm. Außerdem können wir nicht betäubt werden, solange wir Energieschild haben, was ja eigentlich immer der Fall ist. Der zweite Punkt bei mir war dann leeren Feuer, einfach nochmal für minus 20% Chaosüberstand bei den Gegnern und dann verkümmernde Präsenz. Wir kriegen 60% zu Chaosüberstand. Zusammen mit dieser Brustrüstung sind wir da schon bei 110%. Dann braucht man nicht mehr allzu viel auf der Ausrüstung, um das dann zu cappen. Mehr Chaos-Schaden und wir verkümmern die Gegner jede Sekunde um uns herum für 15 Sekunden, wodurch sie wie gesagt erhöhten Chaos-Schaden erleiden. Sehr, sehr gut. Der letzte Punkt habe ich dann hier, unheilige Autorität für nochmal einen zusätzlichen Fluch. Viele Leute wollen wahrscheinlich hier mit diesem Punkt spielen für Gegner-Explosion. Ihr müsst aber darauf achten, dass nur verfluchte Gegner die Chance haben zu explodieren und wir verfluchen die Gegner nicht so einfach. Und ich wollte den Bild jetzt auch nicht so umbauen, nur damit wir so ein paar kleinere Explosionen haben. Wenn ich Explosionen in den Bild einbaue, dann muss das richtig knallen und in dem Fall würde es einfach nicht so richtig knallen, weil wir es nicht schaffen, dass der komplette Screen verflucht ist, damit der komplette Screen auch explodiert. Soweit dazu. Als zweite Ascendenz in 3.23 nehmen wir den Primalisten und hier habe ich ein paar Anhänger genommen mit Zauberschaden, Unterdrückungschance und erhöhte Wirkung von Verkümmern. Hier habe ich nochmal ein bisschen Energieschildregeneration. Als zweite Ascendenz macht das nicht so gut. Hier müsste man auch eigentlich nochmal die erhöhte Wirkung von Verkümmern mit reinnehmen. Und hier habe ich nochmal die Chance, elementare Beeinträchtigungen zu vermeiden während der Schemenform. Und da wir ja diese Flasche hier haben, die uns die Schemenform gibt, die dauerhaft aktiv ist, haben wir immer die Schemenform und damit nochmal die 22%ige Chance, Beeinträchtigungen zu vermeiden. Das ist also sehr, sehr gut. Das brauchen wir halt auch, um auf 100% zu kommen, um uns dann immun dagegen zu machen. Der Passive Baum sieht so ungefähr aus. Wir sind ein bisschen links, ansonsten sind wir auch ganz viel hier rechts unten. Als erstes nehmen wir natürlich diese Zauberschadenspunkte erstmal mit. Später können wir den auswechseln, weil die dann nicht mehr so gut sind. Nehmen wir so ein bisschen Leben mit. Gehen dann erstmal hier hoch für ein bisschen Leben. Hier gibt es noch ein bisschen Schaden über Zeit schon mal. Hier kann man schon mal Energieschild mitnehmen, wenn man das möchte. Hier habe ich jetzt Meisterschaft nochmal extra Schaden, wenn wir getötet haben. Hier habe ich jetzt Meisterschaft, dass wir ein bisschen Leben bzw. Energieschild regenerieren. Dann bin ich auch erstmal hier hochgegangen für ein bisschen Chaos-Schaden mit der Meisterschaft, dass wir mehr Chaos-Schaden bei Gegnern verursachen, die über Energieschild verfügen, weil Chaos-Schaden ja das Energieschild ja auch umgeht. Dann bin ich erstmal hier links gegangen für diesen Punkt hier, Schwur des Eiferers. Lebensregeneration wird stattdessen auf Energieschild angewendet. Braucht ihr am Anfang auch nur, wenn ihr mit dieser Brustrüstung spielt, weil ihr dann eben sehr viel Energieschild habt und dann, das sorgt dann eben dafür, dass die Vitalitäts-Aura, die ihr ja auch schon in Akt 1 bekommt, dann nicht mehr Leben regeneriert, sondern direkt das Energieschild dank dieses Punkt hier. Ansonsten geht es hier weiter mit ein bisschen Leben und Energieschild und der Meisterschaft plus 50 zum maximalem Leben und hier diese ganze Mana-Reservierungseffizienz-Punkte, damit wir eben sämtliche Auren aktivieren können mit der Meisterschaft für nochmal extra Schaden pro Aura, die wir anhaben. Dann ging es hier rechts erstmal weiter, hier nochmal ein bisschen Leben. Hier gibt es diese schmerzvolle Einstimmung. Ich habe damit auch schon gelevelt tatsächlich, also ich habe auch schon beim Leveln das so gemacht, dass wir Vitalität zum Beispiel oder zuerst Klarheit mit Arroganz verlinken und das so zu managen, dass wir quasi immer auf Niedrigleben sind damit und dann können wir mit diesem Punkt direkt unseren Mehrschaden abholen. Ansonsten ging es hier erstmal hoch, die Punkte habe ich mir später gegönnt, hier gibt es einfach nochmal ein bisschen mehr AOE. Dann erstmal hier lang für nochmal ein bisschen Leben und Energieschild als auch hier oben für nochmal ein bisschen mehr Chaoszeug. Hier habe ich jetzt nochmal die Meisterschaft genommen, dass wir die Chance haben, dass wenn wir einen Verkümmerungs-Stack draufpacken, direkt 15, also das Maximum an Stacks draufpacken. Das ist auch deswegen gut, weil ja unsere Verkümmerungs-Stacks, die wir jede Sekunde draufballern durch diesen Punkt hier, 15 Sekunden halten. Das ist natürlich nur eine 5% Chance, aber wenn das so klappt, haben wir 15 Sekunden lang richtig die volle Menge an Verkümmerungs-Stacks drauf und dann machen wir natürlich ein paar Sekunden lang richtig viel Schaden. Deswegen habe ich die Meisterschaft mit reingenommen. Hier ist die Meisterschaft drin, dass 30% des erlittenen Chaos-Schadens nicht den Energieschild umgehen. Das heißt, nur noch 70% kommen durch, aber die kommen eben noch durch und deswegen ist Chaos-Widerstand hier sehr, sehr wichtig. Ansonsten gibt es hier nochmal ein bisschen Multiplikator für Schaden über Zeit. Diesen Punkt habe ich jetzt genommen. Ich weiß gar nicht, wie gut hier zusammen mit Südenes Feuer tatsächlich ist, aber wir erleiden weniger Schaden über Zeit, wenn wir in der letzten Sekunde angefangen haben, Schaden über Zeit zu erleiden und dafür haben wir aber mehr Dauer von Beeinträchtigung auf uns. Da die Beeinträchtigungen ja uns egal sind, da wir immun sind, haben wir weniger Schaden über Zeit, wenn wir kürzlich damit angefangen haben. Dadurch, dass wir jetzt aber Südenes Feuer aktiv haben, ist dieser Punkt glaube ich auch gar nicht mehr so gut. Könnte man wahrscheinlich rausnehmen. Ansonsten geht es dann jetzt schon Richtung Endgame langsam, dann nehmen wir diese Punkte hier mit, diese Zauberunterdrückungspunkte und solange ihr noch nicht bei 100% seid, nehmt ihr die Meisterschaft ganz unten mit, dass die Chance, Zauberschaden zu unterdrücken, günstig ist. Die ist dann wichtig, sobald ihr 100% erreicht habt, könnt ihr diese Meisterschaft wieder rausnehmen. Ansonsten geht es hier rechts weiter für ein bisschen Ausweichwert und Energieschild und sobald ihr dann sehr viel Ausweichwert habt, spätestens mit der Anmuts Aura zusammen, könnt ihr auch diesen Punkt nehmen, Geistertanz. Dadurch kriegen wir hier diese Geisterschleier und jedes Mal, wenn wir jetzt getroffen werden, werden diese Geisterschleier verbraucht und wir stellen Energieschild in Höhe von 5% unseres Ausweichwerts wieder her und da wir ja sehr viel Ausweichwert haben, stellen wir so auch nochmal sehr viel Energieschild wieder her. Ansonsten geht es hier runter für ein bisschen Leben, für nochmal ein bisschen Zauberunterdrückung, Energieschild Ausweichwert, Ausweichwert und Leben und hier nochmal ein paar Mana Reservierungseffizienzpunkte mit der Meisterschaft plus 1 zu 1 maximalen Elementarwiderständen, wenn wir Leben und Mana reservieren, was wir in diesem Bild ja sogar tun. Kommen wir noch kurz zu den Juwelen, die ich hier drin habe. Hier seht ihr, der nächste Level, wenn ich jetzt Level 97 werden würde, würde hier reingehen. Ansonsten haben wir hier ein Auge des Wächters Juwel mit nochmal Multiplikator für Schaden über Zeit und Energieschild wieder Herstellungsrate, wenn wir Disziplin anhaben. Hier habe ich eins von den neuen Juwelen, was gestohlen wurde, was ja verschiedene Aszendenzmods annehmen kann. Hier zum Beispiel nochmal Regeneriert Energieschild pro Sekunde, nochmal die Chance, elementare Beeinträchtigung zu vermeiden und damit kommen wir jetzt insgesamt auf 100% dank dieses Juwels und nochmal erhöhte Wirkung von Verkümmern. Und dann habe ich noch ein normales Juwel mit Chaos Schaden über Zeit, Multiplikator, Zauberschaden, Multiplikator für Schaden über Zeit generell und erhöhter, maximaler Energieschild. Und so ein Juwel würde ich mir nochmal holen, wenn ich dann diesen Punkt hier oben habe. Soweit zu diesem Bild. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat er sehr viel Spaß gemacht. Natürlich dank dieser Bewegungsgeschwindigkeit durch diesen Magierblutgürtel, aber auch ohne macht er Spaß. Man ist ja bloß ein bisschen langsamer unterwegs und je schneller man ist, desto mehr Spaß hat man einfach und deswegen ist dieser Gürtel auch so geil. Wenn ihr noch Fragen habt, gerne in die Kommentare damit. Schaut mal bei Twitch vorbei und ansonsten sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video.